Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Punkt von Evo Stavos, ich komme mit der Saga Jetzt gehen wir in die letzte Episode, zur Episode der 6, die Rückkehr der Jedi-Rutter Geht die letzten 6 Folgen, wir starten mit Dias-Palast und legen mal direkt los Und wir müssen mal wie auf Tätowin, und ich muss sagen, jetzt kommt mal Episode 6, das ist so mein Lieblings-Zweil Ich glaube, es ist alles gut gemacht hier und, ja, gehen wir mal gleich los hier an Mal wieder mit einem Sternzerstörer Und dem neuen Teuerstern, der gerade hier gebaut wird Okay, ich kann natürlich auch, der kommt Darth Vader Was wir müssen müssen, weil er ein bisschen erkältet ist So, dann, jo Da steht in der Reihe, glaube ich Ich muss ein bisschen bauen, und Absperrung, das ist schon sehr, sehr detailliert gemacht Also, das würde gar nicht gehen Soll ich um diesen Platz hier gehen? Schau, das ist alles Soll ich um diesen Platz zu fangen, miss Helm sind anklopfen, da Helm sind anklopfen, da Ich hab diesen überprüft Dann hört doch mal Ich hab diesen überprüft Da haben wir eine Sprezzende Lea und Chewbacca sich beobachtet Deswegen rein da So, oh lecker Das ist nicht immer so geil Das ist nicht immer so geil Ich weiß nicht, wenn wir kurz von mir in den Blasaschen machen Ich bin so einfach, ne? Ich weiß nicht, was ich nicht kaputt gehen will Das zwei da oben Warte, ey! Ich bin kaputt Scheiße, Mann Das ist jetzt schlecht, oder? Ich hab keine Ruhe, das ist cool Ich bin jetzt aber Ich muss das so machen hier Das ist viel einfacher Okay Gut, Frau Absicht da Also gut Die brauchen wir jetzt Die brauchen wir jetzt Wenn wir uns damit ruhig aufhauen Dann gehen wir mal an Was haben wir jetzt zu machen? Was haben wir jetzt zu machen? Und jetzt können wir es als Kopfhördjäger verkleiden. Dann kann das alles schön zusammieren, ne? So, jetzt können wir hier den Gewinke machen. Und jetzt war ein Skywalker schon mal hier drin in dem Ballasen. Da freue ich mich aber gerne, wenn wir jetzt nie die Zeit dahin. Und dann geht's gut. Und jetzt haben wir einige spezielle Zeitungen drauf. Seid ihr euch mal eben? Können wir in den Duftlachen und dann kommen wir dich um die Behege machen. Hm, definitiv. Das ist interessant. Und dann fahren. Das war schön. Noch einer noch vor. Das sind die Bremse runter. Zeig mal hier. Die ganze Zeit sind gleich drin. Wir haben immer noch hier den Helm. Wir brauchen immer zurückgehen. Ach so. Das ist gut. Was ist ja auch immer wieder heiß. Und dann kommt die B. Ich bin mal L gar nicht sicher. Muss ich mal nachfahren. Weiß ich noch gar nicht. Wie ist genau heiß und... oder so wenn man den anderen gab sehr gut sind glänzende metallgegenstände das heißt Da brauchen wir einen Koppeliger für. Und das müssen wir jetzt abwerfen. Gehen bis an den Abend. Und das Ding wird jetzt. Was wir dachten mal, wir sind, kommen wir jetzt hin und... Ja, Sego los, wenn wir mit dir weggehen. Wir sind ja immer im Wunsch. Was wir machen? Oh, weg damit. Wir sind ja immer zu stören hier, so. Das nächste Mal, wir können ja eventuell nicht sein. Aber da wird wohl. Bei der anderen Folge, ich bin mir nicht sicher. Mal sehen wir, wie gut wir dann durchkommen. Ich weiß, wann wir es essen, das sieht ja nicht so gut aus. Wir sind eigentlich nicht, wann kommt. So wie gesagt, ich bin noch ein Koppelzehn. Eieieiei. Eieieiei. Oh, ich bin nicht so gut. Und ich bin nicht so gut. Okay. Einmal so. Ladung, hier ist auch ein Glück. Ich würde dann einfach nichts zusammenbauen hier. Und dann muss ich das hier machen, hier so einen alten Kontruiden. Schön zusammenbauen. Ich würde jetzt mal das Ding hier fahren. Ziemlich geil. Deutschland, nie. Ich denke, ich bin in den Kontruiden fest. Ich lasse ihn eben mal da festhängen. Jetzt kann ich die RPO schon herkommen. Jetzt kann ich das Ding schon mal aktivieren. Dann bräuchten wir jetzt auch mal... R2, I2. Okay. Let's do this. So. Der Kontruide hat sich mich befreit. Das ist gut. Ich hab's gedacht. Natürlich gibt es hier wieder... ... diese kurzen Viecher. Ich würde gerade ein bisschen betäuben hier, ne? Und die leften Musik. Soll ich vor die Rocha hier. Jetzt halt nicht mehr. R2, I2, I2, I2. Ich glaub ich ist ja keiner mehr reingerutscht jetzt. Ist gut. Der ist dann durchgerutscht. Da sind wir, so ein paar Viecher. Gegen die kann man im Moment noch nicht machen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Der Heim wird definitiv kaputt gehen. Ist ja voll fest. Was soll denn jetzt? So, darum geht das. So, natürlich geht das. Ich hoffe, dass wir die Macht hier. Ups, ich habe ein Problem. Ups, ich wechsel. Vielleicht kann ich das. Lass ich durch. Komm schon. Komm schon. Ich habe ihn auch noch nie gehabt. Ich muss mir jetzt direkt einstellen. Wenn ich ganz so schlafen. Ich habe schon mal den Bitterly von der SBB 2. Das war so für einen Skywalker. Dann müssen wir das Diener ein bisschen stören, oder? Das war so. Das war so. Das war so. Wir müssen jetzt noch die SBB 2. Ich weiß nicht, dass ich das Ding mal tun soll. Hey. Ich klammere, jetzt waren wir wieder, jetzt waren wir die zwei Genau, wo ist das? So Dann gehen wir mal an die drei PO Ich hoffe, ich hoffe, ich habe mich in die Wunder gefällt, ich habe es gewusst Die war geil Ich ziehe den Typhoran-Tree auch noch ein bisschen in den Händen So, ich schlapp wieder Oh, da find ich mich nicht. Oh, ich glaube, wir machen hier Teos-Rumbauern hier. Dann sind wir so gut. Aber wir sind hier. So machen wir alle 4 auf Paintings schreien. So. Ich glaub das nicht! Das ist kein Kürzer, Alter. Ich würde sagen, du brauchst halt, ey. Ich weiß auch nicht, ob wir das reingemacht haben, dass wir das... Ich hätte jetzt mal was alt mal angucken müssen. Das nervt, ey. Ja. So machen. Ich hätte mir schon beendet. Wollen wir das Ding kaputt gemacht, ne? Äh, ausgemacht. Na klar. Das muss ja zum Film passen, ne? So. Haben du lieber befreit? Und das Job. Haha. Der dachte ich kaputt. Nicht so! Ich nicht auf dem Mond, jäääh. Dann haben wir über den Aufwärmung. Wohl! Wohl, wohl! Das ist gut. Oh, das kann ich nicht beholen. Ich bin ungefähr wie ein Luchskerb, aber hier. Das sind Vorbilder, das sind ja ganz genau zu diesem Ding dahin, wenn das hier zugefressen könnte, was sie gut machen. Das war schon Grund. Und von mir geht's mir erst mal jetzt vor. Das ist von jedem Blatt. Okay. Das Ding hier wäre kaputt, mach ich hier mal so. Und... Ich hab gleich mal Erdfutsch gemacht. Hier ist so aus. Ich hab's nicht mehr verbunden. Ich hab's nicht mehr verbunden. Ich hab's nicht mehr verbunden. Das ist ja Schnellsagen hier. Soll ich so aus. Und... Yay. Ich hab's geschafft. Mhm. Oh. Das ist einfach ein Dingwerk. Mhm. Mhm. Jetzt ist Person ja der Sklavin. Ja. 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 Und dann ist er abgeschlossen. Ja. Wenn's euch gefallen ist, dann lasst eine größere Bettung da. Abonni vergessen. Und tschüss.